Wie können Sie eine Geozone definieren? Das kann aber auch sein, beispielsweise Be- und Entladung oder auch der Diebstahlschutz. Also es gibt ja bei den Geozonen, sind Ihnen ja keine Grenzen gesetzt. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie Sie dieses fantastische Werkzeug einsetzen können. Und der langen Rede kurzer Sinn, würde ich sagen, wir fangen gleich einmal an. Und ich zeige Ihnen erst einmal, wo Sie die Geozonen finden. Und zwar haben Sie hier oben in der Kartensteuerung ja diese drei Buttons, nämlich einmal das Polygon, einmal den Kreis und einmal die Schranke, mit denen Sie dann entsprechend Geozonen definieren können. Und das, was ideal sich eignet, wenn Sie beispielsweise jetzt eine Kundenadresse haben und ein bestimmtes Gelände und da vielleicht Be- und Entladezeiten definieren möchten, dann wäre das Polygon ein sehr interessantes und ja sehr variables Instrument. Als Beispieladresse benutze ich jetzt einmal das Musikhaus Thoman in Treppendorf in der Nähe von Bamberg. Denn dieses Musikhaus Thoman hat eine sehr interessante Eigenschaft. Jetzt sehen wir hier die Karte. Auch das der Tipp. Sie können natürlich hier im GPS Explorer umschalten zwischen Satellit und Karte. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Satellitenansicht an. Hier habe ich jetzt also das ganze Gelände, ist jetzt hier das Musikhaus Thoman bei Bamberg, eines der größten Musikhäuser Europas. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber da ist jetzt hier als Beispiel Dienst, sei das eben auch noch an dieser Stelle erwähnt. Ja und hier oben sehen wir schon, hier haben wir ein Versandzentrum, bei dem auch mächtig was los ist. Und das könnte natürlich sein, dass ich auch hier meine Fahrzeuge hinschicke. Das hole ich mir jetzt mal etwas näher ran. Und das wäre dann eben dieser Bereich, den möchte ich gerne definieren und möchte ganz automatisiert mich informieren lassen, wann die Be- und Entladung stattfindet. Dazu benutze ich jetzt das Polygon und setze jetzt einfach hier, 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 hier und hier. Setze ich dann meine Knotenpunkte und dann wäre dieser Bereich eben als Geozone definiert. Dann weiß ich ganz genau, sobald also meine Fahrzeuge dort ankommen, bekomme ich eine automatisierte Nachricht. Das Ganze muss ich natürlich jetzt erst noch ganz genau definieren. Also diese Geozone, die bekommt natürlich jetzt erst mal ihre, ihre ganzen Bezeichnungen. Das wäre in dem Fall Versandzentrum oder Musikhaus Thoman. Versandzentrum. Die Kostenstelle lasse ich an dieser Stelle weg. Das könnte jetzt beispielsweise sein Monteur oder Elektriker oder was auch immer. Aber das ist ein Thema für ein weiteres Tutorial. Deswegen lassen wir das jetzt mal weg. Die Kontaktinformationen, das wären jetzt die Kontaktinformationen eben dieser Geozone oder dieser entsprechenden Zone. Und der Name der Firma, das ist eben hier das Musikhaus Thoman. Und Ansprechpartner wäre jetzt der Herr Mustermann. Das weiß ich jetzt nicht, ob der wirklich so heißt. Ich kenne da niemanden. Aber das, wie gesagt, nur als Möglichkeit eben hier noch Kontaktinformationen zu hinterlegen, die Sie dann auch später natürlich in anderen Funktionen wieder heranziehen können. Hier mal eine fiktive Handynummer und eine fiktive E-Mail. Mustermann. Add Thoman Musik. Keine Ahnung. Also das ist jetzt alles mal natürlich nur fiktiv. Und diese Geozone speichere ich mir jetzt erstmal ab. Und hier hinterlege ich jetzt keine Regel, weil das jetzt einfach nur als Beispiel dient. Das ist jetzt kein Fahrzeug, was dann tatsächlich dann auch hinfährt. Das ging jetzt nur mir darum, Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Geozone anlegen. Und die Regel, vielleicht haben Sie schon das vorherige Video sich angeschaut, in dem es darum ging, durch Geozonen sich automatisiert benachrichtigen zu lassen. Was wir uns jetzt hier aber mal ansehen, und zwar geht es ja theoretisch um das Be- und Entladen. Und was ich eben hier definieren möchte, deswegen habe ich jetzt hier die Möglichkeit, in diesem kleinen Kartenausschnitt, in dieser Vorschau, sehe ich noch einmal diese Geozone. Und jetzt sehen Sie, der Mittelpunkt, der ist also hier, das ist die aktuelle Adresse. Der wäre jetzt quasi nicht hier an der Laderampe, sondern der wäre hier irgendwo auf dem Gelände. Und jetzt hätte ich auch noch die Möglichkeit, wenn ich linke Maustaste jetzt betätige und nehme mir jetzt diesen Punkt, dieses kleine Häuschen, dann kann ich das exakt an die Stelle ziehen, an die ich das Be- und Entladen noch dokumentiert haben möchte. Das kann auch eine ganz bestimmte Laderampe sein, beispielsweise, und ziehe mir das dann auch hierher. Und dann verändern sich die Geo-Koordinaten dann entsprechend. Und jetzt habe ich diese Geozone noch einmal viel exakter definiert. Also das ist eben auch möglich. Jetzt speichere ich das Ganze wieder ab. Und setze meine Karte jetzt erstmal wieder zurück. Wenn ich jetzt meine Geozone wieder aufrufen möchte, dann ist das ganz einfach. Dann gehe ich hier oben in die Anwendungen, schaue mir hier an, Geo-Objekte, gehe in die Übersicht, in die Polygone und sehe dann hier die verschiedenen Geozonen, die ich hier angelegt habe. Und dann habe ich das Musikhaus Thoman, das ist hier oben, Versandzentrum, hier angelegt und kann mir dieses Geo-Objekt auch noch einmal in der Karte anzeigen lassen. Und Sie sehen schon, jetzt habe ich eben dieses Geo-Objekt mit dieser veränderten Position, die ich gerade eben hier an die Laderampe gesetzt habe. Natürlich auch noch einmal in der Satellitenansicht. Und Sie sehen, das klappt also wunderbar. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir Arbeitszeiten erfassen können. Auch hierzu habe ich schon mal ein Beispiel ausgesucht, beziehungsweise habe da selber eine kleine Testfahrt unternommen. Und dazu einmal folgendes Beispiel. Wenn Sie jetzt Ihre Arbeitszeit automatisiert erfassen möchten, wenn Sie jetzt beispielsweise Baustellen oder verschiedene Baustellen anfahren oder verschiedene Kundenadressen haben und wissen möchten, wie lange war denn mein Monteur dann entsprechend vor Ort, wie lange war denn das Fahrzeug da vor Ort, dann habe ich ja auch schon eine entsprechende Aussagekraft, möglicherweise über die Arbeitszeit. Und das Ganze kann man natürlich noch viel genauer definieren, beispielsweise wenn man mit Statusboard arbeitet. Wenn Sie dazu Fragen haben oder da Näheres wissen möchten, können Sie natürlich auch oder rufen Sie am besten bei uns im Supportzentrum an. Ansonsten zeige ich Ihnen jetzt mal diese Möglichkeit, wie man eben Arbeitszeit auch schön erfassen kann. Dazu gehen wir wieder in die Geo-Objekte, gehen hier in die Übersicht und schauen uns mal die Polygone wieder an. Und dort gibt es eine Adresse, das ist das Gründerzentrum hier in Schweinfurt. Und Sie sehen hier hinten bei diesen Geo-Zonen habe ich zwei kleine Icons, nämlich einmal das Geo-Objekt anzeigen, was Sie eben schon gesehen haben in dem Beispiel, und die Ereignisse. Also was hat dort stattgefunden? Und wenn wir uns die Ereignisse ansehen, dann weiß ich beispielsweise in diesem Fall, dass am 12.8. das Fahrzeug eben hier unterwegs war, ist um 16.04 Uhr eingefahren, um 16.05 Uhr wieder rausgefahren. Also hier ist nicht viel passiert. Ist dann wieder eingefahren um 16.47 Uhr und um 17.47 Uhr, also fast genau oder genau eine Stunde später, dann auch wieder weggefahren. Und dann weiß ich eben auch, okay, ich habe also hier eine Stunde, die ich aufschreiben kann oder eine Stunde, die mein Monteur auf jeden Fall vor Ort war. Und wenn Sie sich ein exaktes Bild über die Lage machen möchten, ist das auch kein Problem. Sie können ja die ganze Bewegung des Fahrzeuges nachvollziehen. Auch das machen wir jetzt mal kurz, um uns anzuschauen, wenn ich jetzt in der Disposition sitze, was war da jetzt genau. Und da gehe ich jetzt einfach wieder zurück in die Karte, rufe mir das Fahrzeug auf. Das war das MI6 Mobil. Das rufe ich mir jetzt hier auf. Alle anderen Fahrzeuge blende ich jetzt mal aus und blende mir nur dieses eine Fahrzeug ein. Hole mir das mal ein bisschen näher. Und gehe dann auf den entsprechenden Tag. Das war der 12. August. Und dann sehen Sie schon, wie sich dann hier auch die Zeitleiste, wie ich dann hier meine Informationen auf die Zeitleiste bekomme. Und bekomme dann auch exakt diese Werte angezeigt. Nämlich einmal hier 16.04 Uhr bis 16.07 Uhr. Das war die Ein- und Ausfahrt. Und dann habe ich hier 16.44 Uhr bis 16.48 Uhr. Da kam man dann wieder zurück. Und hier war dann im Endeffekt wieder die Abfahrt. Das Ganze funktioniert ganz einfach, wenn ich mir diesen Zeitstrahl jetzt aufrufe. Dann kann ich mir die Fahrspur hier in der Karte anzeigen lassen. Und dann sehe ich schon, ich schalte wieder um auf die Satellitenposition. Hier war also Ein- und Ausfahrt. Und wenn ich mir jetzt diese Strecke wieder im Replay anschaue, dann sehe ich, wie er eben von dieser Position, das wäre jetzt also diese Kundenposition, dieses Gründerzentrum, da fährt er jetzt weg und fährt zu einer anderen Adresse hier oben. Ich kann Ihnen sagen, was das für eine Adresse ist. Da befindet sich eine Bäckerei mit einem leckeren Kaffee. Okay, und das wäre jetzt also dieses Zeitpaket. Hier hat er jetzt also angehalten, ist dort geblieben bis 16.44 Uhr. Und auch dieses Paket schauen wir uns an, holen uns die Fahrspur hier in die Karte und sehen, jetzt geht es genau von hier oben los, nämlich von dieser Bäckerei. Auch hier rufen wir uns den Replay auf und sehen, okay, jetzt fährt er eben hier zurück. Kleiner Tipp, hier unten, ich ziehe jetzt mit der Maus, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Sie können das Ganze sich natürlich auch im Live-Replay anschauen. Das wäre jetzt so, wie Sie das jetzt hier sehen. Ansonsten nehmen Sie einfach diesen kleinen schwarzen Punkt mit der linken Maustaste und ziehen den sich hier rüber. Dann können Sie sich im Zeitraffer anschauen, was da eben gelaufen ist. So, und jetzt kommt er eben an diese Adresse zurück, an dieses Gründerzentrum. Und dort bleibt er eben jetzt für eine Stunde. Und dann kann ich mir auch zur Sicherheit auch nochmal dieses Paket hier aufrufen. Um 17.47 Uhr, lasse mir auch die Fahrspur hier anzeigen und sehe genau, hier wäre also wieder dieses Gründerzentrum. Das ist jetzt also die Startadresse und von dort fährt er dann quasi, beziehungsweise hier hinten sind wir dann, das ist der Start. Und wenn ich mir das jetzt aufrufe, dann weiß ich, okay, alles klar, dann ist der also hier wieder weggefahren. Also das ist einfach nur, dass ich mir diese Fahrzeugbewegung nochmal ganz exakt anschauen kann, dass ich also weiß, wo hat er sich im Einzelnen bewegt. Aber ich kann hier ganz genau definieren, wie lange der an den einzelnen Baustellen war und habe das natürlich dann sehr einfach, damit auch Arbeitszeiten zu dokumentieren. Genauso funktioniert das natürlich auch beim Be- und Entladen. Und das wäre also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, sich darüber zu informieren, wie man eben, ja, wie eben meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter da draußen unterwegs waren. Vielen Dank.